Weißt, wenn ich sage, das hat so zu sein, dann habe ich mir schon was gedacht dabei. Da brauchst dich du nicht mit irgendwelchen Sinnfragen herumschlagen. Ich will euch doch nur vorbereiten fürs Leben. Aber das ist halt nicht so wie auf Social Media. Aber am Ende des Tages ist es eh die Entscheidung. Entweder du tust so weiter wie bis jetzt oder du machst was aus deinem Leben. Was wir machen jetzt vorgegeben ist, du gehst jetzt auf die Stelle. Genau! Ich geh. Ich geh zum Stern.